Und damit willkommen zurück bei Bolter Blante. Wer mich kennt weiß, ich mag Animationen und wisst ihr noch damals als GW Plus Hammer und Bolter rausgebracht hat und das hier so ein kleines Aufschrei, ein kleines Meme verursacht hat? Diese Animationssequenz, das war ja damals... Ich weiß noch, die Fans waren so ein bisschen echauffiert. Junge, wie viele Stillframes hat jetzt eigentlich gleich dieser Dreadnought? Bis er irgendwie zuschlägt und... Ja, das waren erste Folgen der Serie Hammer und Bolter, die bei den Fans jetzt für wenig Freude gesorgt haben, da es doch relativ günstig produziert aussah. Was es sicherlich auch war, denn ich weiß jetzt nicht, wie die Insider da sind, ob da Budget gefehlt hat, ob das Team noch nicht eingearbeitet war, aber dennoch muss ich sagen, das ganze Hammer und Bolter Animationsteam oder dieser ganze Animationsstil, ich mag den total, weil man einfach merkt, das ist kein Team, das so richtig schon im Flow drin ist, sondern so, I have no idea what I'm doing und wir versuchen einfach das Beste irgendwie rauszuholen, was geht. Ein Mischmasch aus 2D- und 3D-Animationen und irgendwann hatten wir dann auch quasi auch wirklich tolle 2D-3D-Sachen mit eben dieser Szene mit Trazen, wo wir Abaddon sehen, farbtechnisch schön, die Terminys sehen wuchtig aus und ja, Abaddon ist genau der dicke Onkel, der er sein sollte, mit sehr vielen harten Schatten, aber ich mag das. Vor allem in Warhammer, das, was ja auch Astatus oder jetzt Parian Nexus jüngst so großartig gemacht hat, waren natürlich diese super scharfen Animationen, dieses Fotorealistische, das, was die meisten auch mögen. Aber ich persönlich habe eine immense Schwäche für 2D-Animationen, Cartoon-Optiken und im Herzen finde ich die sogar schöner, weil sie so einfach stilisierter sind, irgendwo mehr Freiheiten erlauben und einfach einen einen besseren künstlerischen Fingerabdruck hinterlassen quasi. Also es hat nicht den Anspruch, weil wir wissen bei der Realität, wie die Realität aussehen muss, damit es echt aussieht, aber sowas hier, da kann man mit Lichtsetzung, Anatomie so viel machen und man kann sich viel größer kreativ austoben. Ich liebe es. Das hier war auch die Szene mit Lucius quasi. Das fand ich immer so ein bisschen schwierig, wenn halt die 3D-Models so... Manchmal funktionieren sie manchmal nicht, weil hier der Taurus Chaos Space Marine und der Lucius, die sehen ja gut aus, aber dieser Cell-Shading-Look, ich weiß nicht. Der Cell ist für mich nicht immer ganz gut. Ja, Cell-Shading-Look, Cell nicht. Aber es kommt die Weihnachtssaison und GW hat tatsächlich auch mal umsonst was ganz Tolles gemacht für uns. Beziehungsweise sie haben eine schöne Animation gemacht, die nicht hinter einer Paywall ist. Und zwar, jetzt ist hier der Titel nicht, ich bin gerade im Chrome drin, das ist gerade ein bisschen verbuggt, ist ein bisschen verbuggt die Seite. Aber, die gucken wir uns gleich mal an, eine tolle Animation mit Noah-Batman-Goblins. Und Hammer-and-Bolter-mäßig, ich glaube, das ist dasselbe Animationsteam. Es sieht sehr ähnlich aus und so langsam hat man... Entweder haben sie dem Ding hier richtig Budget gegeben oder das Team ist endlich mal richtig eingegroovt und funktioniert. Denn ich habe es mir eben gerade angeguckt und ich gucke es mir jetzt mit euch ein zweites Mal an. Es sieht wirklich, wirklich toll aus. Es ist schön, Audio-Design macht Spaß. Und ja, das Team hat entweder genug Geld oder hat endlich seinen Grip gefunden. Und das Schönste ist, es ist so eine Sache, über die auch ich neulich so ein bisschen nachdenken musste. Auch so ein bisschen, wie ich den Kanal hier mit den Rekrutierungsvideos immer so ein bisschen mache. Also, Warhammer ist zwar Grimdark, aber irgendwo ist Warhammer ja auch so absurd, dass es eigentlich auch nur urkomisch ist, dass es eigentlich diese Satire, dass man auch einfach drüber lachen kann. Und deshalb haben wir hier eine Folge mit den Orks und es ist herrlich. Und ich fand es schön, auch mal wieder eine Animation oder etwas aus dieser Welt zu sehen. Sogar offiziell von GW, das sich nicht so ernst nimmt, was einfach Spaß hat und auch gut produziert ist. Und ich, ja, könnt ihr mal euren Take dazu machen. So ist Hufeisen-Theorie. Wie Grimdark kann es sein, bis es irgendwann absolut absurd wird? Also eins meiner ersten Videos hier auf dem Kanal war ja auch zu Demon-Kolaba. Da habe ich jetzt nicht gesagt, dass sie lustig ist. Aber da war ja auch immer so der Take. Es war so übertrieben, dass es nicht mehr ernst zu nehmen war. Und ja, gehen wir mal hier rein und schauen uns hier, was uns hier GW erwartet. Es ist Teil 1 und ich hoffe mal, die Monate oder die Wochen jetzt werden weitere Folgen davon rauskommen, die hoffentlich nicht in einer Paywall sind. Und ab geht's. Also okay, es ist quasi Batman-mäßig oder so Rorschach bei Watchmen. So, er sagt, nimmt die Stadt den Namen und dieser Stadt gibt es nur Schande. Und wir sehen eine dunkle Silhouette in den Schatten. Und es ist ein Weihnachts-Special. Kuriose Mischung, aber why not? Gefällt mir. Und hier, das hier. Also wie sich seine Backen auch bewegen. Also wenn man weiß, wie man es animiert, dann kann man es auch wirklich gut machen. Es ist natürlich jetzt nicht so aufwendig wie 3D-Animationen, aber ich finde es einfach unfassbar satisfying und das haben sie wirklich schön gemacht. Es ist noch nicht so aufwendig. Die Geschenke, die sind weg! Was? Red Gobbo, der Weihnachtsgoblin von Warhammer 40k. Ist auch ein Konzept, finde ich süß. Und das Schöne an Warhammer ist, wir können einfach sagen, ey, es ist Canon. Ja? All das ist fucking Canon. Nice. Den Shot fand ich ein bisschen schwierig zu identifizieren, weil ist das ein Ork? Ist das... Das ist ein Ork, ne? Ich dachte erst mal kurz, es ist ein Squeak, aber... Ich denke, es ist ein Ork, aber mit den Schultern, der Kopf ist halt so mega breit und die Schultern sind hier so angewinkelt, dass... Ich fand es ein bisschen schwer zu lesen. Oh, das ist ein bisschen schwer zu lesen. Oh, das geht nicht so schnell. Ich muss meine Power aus dem... Das ist ein bisschen schwer zu lesen. Ja, das kann man kein Oxen. So, und das war's auch schon. Join the Hunt and win. Ja, ist sicherlich auch ein großes Gewinnspiel für irgendwas. Ich hoffe, da kommen mehr Teile, aber es hat mich wunderbar unterhalten und das war eigentlich halt. Dieser Animationsstil von Helmand Bolter, der hatte echt Probleme am Anfang. Es war unterproduziert und vielleicht hat es sich ein bisschen übernommen, aber dann, wenn es funktioniert hat, dann, wenn es irgendwann gut wurde, dann wurde es auch wirklich gut und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so 2D-Animation, klar, das ist ja auch ganz viel 3D drin, aber dieses Cell-Shading, Cartoon, gezeichnete, ich hab's einfach so lieb und ich find's schön, dass GW auch so seinen Produkten so ein wenig die Bühne bietet. Ja, und ich bin gespannt, was da sonst noch kommen wird und ja, das, wenn ihr sonst, oder das Beste, was die sowieso gemacht haben, muss ich noch zum Schluss kurz sagen, war natürlich hier das Weihnachtsmusik-Video mit dem Death Rocker, ähm, so hieß der doch, glaub ich, vom letzten Jahr. Das mach ich jetzt nicht an, das könnt ihr euch gerne selbst angucken, aber Junge, davon hatte ich einen Ohrwurm, das war klasse animiert, das hat Spaß gemacht und jetzt soll man sagen, so was wird 3D-Animation selten Sinn kriegen. Einfach gezeichnet und diese schwarzen Schatten mit ner verfickten Assipalme. Danke fürs Zuschauen.